Guten Morgen! Wir spielen heute Morrigan in der Mitte. Das hier wird mein erstes offizielles Youtube Video. Ich bin mal gespannt wie es läuft. Wir holen uns lieber mal Beats wegen der Dagi. Mit Morrigan kann man, wenn man die Ult-Taste gedrückt hält, gehen wir zu der Ansicht hier. Wenn man dann einen Rechtsklick macht, kann man den Gott, auch wenn man die Ult schon ausgewählt hat, wählen, den man dann ulten möchte. Also in den man dann rein ulten möchte. Für die, die es noch nicht wissen. Ich bin mal gespannt. Ich hab mal im Hintergrund ein bisschen Musik laufen. Da könnt ihr mir gerne mal sagen, ob ihr das geil findet oder nicht. Okay, wir haben eine Isis auf der Solo-Lane. Die wurde heute gebufft. Heute ist der Zwischen-Patch rausgekommen. Ihre 3 ist es glaube ich, die Perle. Ah, die Kugel meine ich. Die hat ein bisschen verringerte Cool-Time bekommen. Zwei Sekunden meine ich. Und wir sind wahrscheinlich gegen Zeus in der Mitte. In Musik und allem weiß ich noch nicht, ob das passt. Aber das wird sich dann in der nächsten Zeit alles ergeben. Oh, das hat mich noch gehittert. Okay, ärgerlich. Okay, warum geht der zum Enemy-Buff? Das war my bad. Da hab ich überhaupt nicht aufgepasst. Hat für mich irgendwie auch nicht so viel Sinn gemacht. Ich meine gut, die haben zwar die Harpien gecleared. Ähm, aber yo. Schade, dass er das daneben gehauen hat. Das wäre schon der erste Quill geworden. Ich muss jetzt mal hier in die Mitte. Ja, ich war tot. Das war, das war my bad. Ich hab nicht aufgepasst, wo es danach hingeht. Und hab's einfach verkackt. Das kann man nicht anders sagen. Das war my bad. Das war richtig schlecht gespielt. Hm. Ja, das war einfach nicht gut von mir. Aber das ist kein Problem. Hoffentlich kriegen wir den Buff noch gecleared, sodass wir unseren Damage-Buff kriegen. Hm. Nein. Ärgerlich. Und die Duelanes auch verreckt. Das ist schade. Naja. Es ist nicht so schlimm. Deine righte Tower ist unter Attack. Das ist meine Revenge. Hm. Nichts, was wir nicht aufholen können. Das hat uns schon mal nicht mehr getroffen. Nice. Alles ist schon auf 5. Okay. Don't want to step on any jellyfish now, do you? Ha! 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 Na ja. Ich bin ganz schön weit nach hinten gefallen durch den Early Dead. Aber das ist in Ordnung. Nr 5 und wir jetzt auch das heißt uns gold ist ready Nr ganzes level Und ich habe daneben gehauen und ich verrecken noch richtig ärgerlich ich spiel grad gar nicht gut oh shit 05 gut wir werden das drehen ich muss ein bisschen erfahren wird schon passen das setzt zwei level über mir verkauft sich das buch ok irgendwer hat da reingeblinkt nice da haben wir den kill gefickt ja jetzt sind wir wieder back so will ich das schon eher sehen 1 4 kriegen wir unser first item danach kriegen wir auch die boots so dann gönnen wir uns als nächstes unseren buff da erneut ich habe schon einen tower geholt ok das kann Okay, die haben gelieft. Oh, kann sich geschehen. Kriegen wir aber... Unser erstes Weizen. Wer von denen ist ein raus? Der Solo-Laner. Wir waren auf der Solo-Lane. Odin. Okay, der hat Sledge First Item gebaut. Ist das Meta auf der Solo-Lane? Ich glaube nicht. Zeus ist immer noch 2 Level über mir. Ich gehe hier lieber auf den Lane-Clear gegen Zeus. Nice, wir haben beide bekommen. Jetzt klären wir ihn auch ziemlich gut. Die Harpion sind auch gemacht. Ich habe ein bisschen Schiff. Aber so viel Angst brauch ich auch nicht haben. Nur noch ein Level höher. Okay. Zeus ist nicht schlecht. 6-1 ist er momentan. Da hätten wir nicht rein ulken müssen. Aber es ist auch nicht schlimm, dass wir es gemacht haben. Ist halt ein bisschen schade, dass die jetzt gelieft haben. Guck mal. 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 Na gut. Das war das erste Game. Wir haben nicht so nice gespielt. Aber. Was will man machen. Wir haben gewonnen.